Für diesen Kurzfilm haben wir das Team von Junker Forst- und Flurwegebau in Rheinland-Pfalz besucht. Ein noch junges, aber sehr innovatives Unternehmen auf seinem Gebiet. Zwei Tage schauten wir den Mitarbeitern über die Schultern und zeigen, mit welchen Spezialmaschinen Profis im Wegebau tätig sind. Worauf es dabei zu achten gilt und wie die Kunden am Ende mit nachhaltiger Planung Geld sparen können. Das Mittelgebirge Hunsrück steht für eine facettenreiche Natur- und Kulturlandschaft, in der Waldflächen dominieren. Hunderte Kilometer Straßen und Wege durchziehen das Gebiet. Verkehr und Witterung zehren an der Substanz und somit sind Instandsetzungsarbeiten alle paar Jahre notwendig. Genau darauf hat sich Peter Junker mit seinem Unternehmen spezialisiert. Bei diesem größeren Auftrag wird ein Abschnitt von 5,5 Kilometern eines geschotterten Feld- und Forstwegs erneuert. Mitarbeiter Philipp ist gelernter Straßenbauer, seit fünf Jahren im Betrieb und heute mit dem Fendt 826 und Steheranbaugeräder tätig. Das universell einsetzbare Gerät kommt in diesem Fall für das Abschieben und Fräsen des Banketts zur Verwendung. Später zeigen wir die Maschine auch noch bei einem anderen Einsatz. Diesen Traktor hat man mit speziellen Radialreifen ausgestattet. Damit hat man unter den oft steinigen Arbeitsbedingungen sowie bei den vielen Straßenfahrten gute Erfahrungen gemacht. Je nach Bundesland fallen die Regelungen für den Erhalt von Forst- und Feldwegen sehr unterschiedlich aus. In Rheinland-Pfalz ist die Infrastruktur klassifiziert. Dabei geht es neben dem Verwendungszweck auch um die Befahrung mit Feuerwehr und Rettungsfahrzeugen und somit müssen die Wege auch bei schlechter Witterung bestimmte Anforderungen erfüllen. Dazu gehört in diesem Fall die Breite des Wegkörpers von 3,50 Meter und ein Spitzgraben für die Wasserführung. Das Team von Juncker arbeitet über einen Zeitraum von vier Wochen an diesem Weg. Mit dem robusten Pömer Grader wird die Wegebaustelle weiter vorbereitet und ein Grundprofil erstellt. Auch die Reinigung von Spitzgräben wird häufig mit diesem Anbaugerät erledigt. Bei dieser Baustelle geht es darum, den Weg für die Holzabfuhr herzurichten. Gegenüber dem bereits gezeigten Stär-Universal-Grader eignet sich das Gerät von Pömer durch seine schmalere Auflagefläche besonders gut für diese Arbeit. Ebenfalls in die vorbereitenden Arbeiten involviert ist in der Regel einer der Mobilbagger. In diesem Fall, um den Bewuchs vor dem Pömer-Schild abzuziehen. Auf einer anderen Baustelle werden mit dem Liebherr-Kurz-Heckbagger Rohre eingebaut. Der alte, aus Bruchsteinen gemauerte Durchlass war in diesem Fall nicht mehr in der Lage, die Regenmengen, vor allem bei Starkregen, zu bewältigen. Deshalb möchte der Auftraggeber hier nun mit dem 60 Zentimeter starken Betonrohr Abhilfe schaffen. Vorher müssen Felsbrocken beiseite geschafft werden. Mitarbeiter Tobias baut diese weiter unten wieder ein, um den Hang unterhalb des Auslaufs zu schützen. Mithilfe des Schnellwechslers kann er per Knopfdruck ohne Absteigen zwischen Graben-Räumlöffel, Sortiergreifer oder Anbauverdichter wechseln. Der 18 Tonnen Liebherr-Mobilbagger ist für die Baustellenarbeit mit Breitreifen und nicht mit der sonst oft üblichen Zwillingsbereifung ausgerüstet. Das sorgt für mehr Traktion und Bodenschonung, verhindert aber gleichzeitig Anheftungen zwischen den Zwillingsreifen. Die Ausführung mit dem Kurzheck ist auf vielen schmalen Wegebaustellen sehr sinnvoll. Als Füllmaterial liefert Juncker bei dieser Baustelle eine wasserdurchlässige 0-32 mm Körnung, welche auch in Sachen Frostschutz gute Eigenschaften mitbringt. Geschäftsführer Peter Juncker verschafft sich einen Eindruck vom Baufortschritt. Die Wasserführung und Rückhaltung stehen bei vielen Aufträgen immer mehr im Vordergrund. Längst geht es nicht mehr darum, Wasser in alte Gräben und somit oft in Richtung Ortschaften zu leiten, sondern eher, Mittel und Wege zu finden, das Wasser im Wald zu halten. Auch der zweite Liebherr-Bagger im Fuhrpark hat in Sachen Hochwasserschutz zu tun. Oberhalb einer Ortschaft findet hier die Grabenpflege statt. Dabei wird die ursprüngliche Form wiederhergestellt, um sicherzustellen, dass bei starkem Niederschlag die volle Kapazität des Grabens zur Verfügung steht. Trapezgräben wie dieser sind in der Region allerdings eher selten geworden. Der Pflegeaufwand ist deutlich größer als jener von Spitzgräben. Der Mobilbagger leistet bei Juncker rund 1.800 Betriebsstunden im Jahr und ist damit voll ausgelastet. Juncker Forst- und Flurwegebau hat seinen Sitz südlich des Flughafens Frankfurt-Hahn. Geschäftsführer Peter Juncker hat sich 2015 selbstständig gemacht. Mittlerweile hat der gelernte Schlosser fünf Mitarbeiter fest angestellt und ist in einem Umkreis von 100 Kilometern mit seinem Fuhrpark tätig. Dieser umfasst unter anderem drei Fendt-Traktoren, vier Lastwagen und zwei Mobilbagger. Seinen Mitarbeitern stellt er Dienstwagen zur Verfügung. Das Unternehmen hat sich in der Region einen guten Ruf erarbeitet und wächst von Jahr zu Jahr. Bewerbungen und Jobanfragen sind somit gern gesehen. Die Auftraggeber von Peter Juncker sind überwiegend die Landesforsten oder die kommunalen Verwaltungen. Durch eine professionelle Arbeit und den modernen Maschinenpark konnte er seine Dienstleistung schnell etablieren. Peter Juncker ist es aber auch wichtig, den Wegebau nachhaltig zu gestalten. Dafür hat er vor allem für Forstwege das Pflegegerät SWO1 angeschafft. Anders als bei einem traditionellen Grader wird das Material dabei von außen nach innen befördert. So geht kein Material in der Böschung verloren. Der Ansatz ist es, mit diesem Gerät die Wege durch eine regelmäßige Überfahrt über Jahre zu erhalten und arbeits- und materialintensive Instandsetzungen so lange wie möglich hinaus zu zögern. Die Arbeitsbreite des SWO1 lässt sich hydraulisch zwischen drei und vier Metern verstellen. Die Arbeitstiefe beträgt lediglich ein bis zwei Zentimeter. Durch die hohe Arbeitsgeschwindigkeit sind Tagesleistungen bis zu 30 Kilometer realistisch. Zurück zur ersten Baustelle, die wir in diesem Film vorgestellt haben. Nachdem die vorbereitenden Arbeiten abgeschlossen sind, wird nun der Schotter eingebaut. Diesen bezieht man unter anderem aus dem Steinbruch in Grumbach. Hier werden die Lastwagen beladen. Um den geforderten Aufbau von 15 bis 20 Zentimetern zu erreichen, werden pro laufenden Meter rund 700 Kilogramm Schotter benötigt. Juncker ist mit drei Lastwagen vor Ort. Das gleichmäßige Verteilen der Ladung verlangt vom Fahrer einiges an Erfahrung. Die Zweiachs-Aluminium-Kastenmulde von Langendorf wurde darüber hinaus mit einer Kettenbegrenzung der Heckklappe speziell umgebaut. Die pneumatische Verriegelung lässt sich aus dem Fahrerhaus bedienen. Die Tandem-Kippanhänger wurden mit einer überkippbaren Deichsel bestellt. Dabei sind Leitungen und Schläuche geschützt untergebracht und die Form der Deichsel angepasst. Mit dem Stär-Universal-Grader wird das Material Lage für Lage eingebaut und dann verdichtet. Meist sind zwei oder drei Durchgänge notwendig. 1000 Tonnen Schotter pro Tag kann das Team von Peter Juncker so verarbeiten. Die Dienstleistung wird dem Kunden zu einem Festpreis pro Tonne berechnet. Je nach Nutzung wird der Weg nach der Grundinstandsetzung fünf bis zehn Jahre halten. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Peter Juncker für die spannenden Eindrücke in das Thema Wegebau und wünschen dem Betrieb weiterhin eine erfolgreiche Entwicklung. Für Infos zu offenen Stellen oder den Dienstleistungen kontaktiert am besten direkt das Unternehmen über deren Website junker-wegebau.de oder folgt deren Instagram-Account. Untertitelung des ZDF für funk, 2017